Der erste Punkt, das ist Rimsow, ich sag' ich euch euch, Rimsow ist scheiße. Und wenn ich dieses Video hatte und irgendwelche Fenster vom T-Sow Rimsow da sind, fickt euch. Ja, da ist scheiße Rimsow, ey. Na ja, ganz ehrlich. Rimsow, T-Sow Rimsow ist ein Hurensohnverein. So, darum geht es jetzt aber nicht hier zu Hause. Weil er hat wahrscheinlich jetzt gleich erst das Video hoch, wenn ich zu Hause bin. Ähm, ess was und dann zocke ich noch. Morgen gehe ich ins Feuer. Es ist ja auch egal, was ich alles noch mache. Aber die scheiß Rimsow kriegen ein. Dicke. Echt. Die scheiß blauen, ihr blau-weißen Idioten. Wir kotzen einen echt an. Ja, heute war ich im Freibad. Und was war, äh, das Freibad war Komsitz, ich war alleine da. Und, und, äh, noch ein paar andere. Vier, fünf oder sechs. Mehr Leute waren da nicht. Das ist echt enttäuschend. Das ist einfach so enttäuschend. Ähm, ja. Entschuldigung. uta. Wunsch. Das ist richtig.